Das passiert, wenn du beim Sex im Flugzeug erwischt wirst. Dass Leute in den High Mile Club kommen wollen, ist ja bekannt. Allerdings gibt es dafür angeblich beliebte Orte und eher unbeliebte Orte, um Sex im Flugzeug zu haben. Ein beliebter Ort, um Sex im Flugzeug zu haben, ist die Toilette, was allerdings Stewardessen nicht empfehlen würden, da es sehr unhygienisch ist und der Platz in den Toiletten sehr klein ist. Wer es trotzdem auf einer Toilette machen will, sollte es in einer Boeing 777 tun. Die Maschine verfügt über eine XXL-Bordtoilette. Die groß genug für einen Rollstuhl ist. Hier müssen sich Pärchen beim Sex weniger verrenken, als in anderen Maschinen. Auch ein beliebter Ort ist bei einem Flug nachts unter der Decke, was allerdings eher auffällig ist. Und die Gefahr erwischt zu werden, ist relativ hoch. Plätze, die Stewardessen nicht empfehlen würden, wäre zum Beispiel die Küche, da die meisten Küchen videoüberwacht werden. Dennoch, offiziell gibt es keine Strafe für Sex im Flugzeug. Trotzdem würde das Bordpersonal dich verwarnen, da es ein öffentlicher Ort ist. Ja Leute, seid ihr im High Mile Club? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.